Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Montag, den 2. März. Beginnen wir für den Überblick zunächst einmal wieder mit dem Monatschart. Wir sind hier zuvor im Bereich von 13.750 Punkten im oberen Fibonacci-Fächer-Bereich nach unten abgeprallt. Wir sind bei 11.890 Punkten am Freitag aus dem Handel gegangen, damit auch bei 11.890 Punkten im Februar aus dem Handel gegangen. Wir haben hier im Januar und im Februar eine rote Monatskerze gebildet, im Februar sogar eine sehr starke rote Monatskerze, die dann auch weitere Abwärtsdynamik schließen lässt. Und sollte sich diese Abwärtsdynamik hier weiter fortsetzen, dann dürften wir höchstwahrscheinlich in den kommenden Wochen hier den unteren Bereich des unteren Fibonacci-Fäckers anlaufen. Den hatte ich zuvor immer mit 11.500 Punkten angegeben, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass wir in so kurzer Zeit hier einen so enormen Kurs-Einbruch haben werden, sondern ich hätte mit einem Kursrückgang gerechnet, allerdings mit einem längerfristigen Kursrückgang, sodass wir dann in den kommenden Wochen und Monaten hier zurücklaufen Richtung unterer Fibonacci-Fächer. Das ging nun alles relativ schnell. Es war eine der schwächsten Wochen überhaupt in der Geschichte des deutschen Aktienindex. Und wir haben nun den unteren Fibonacci-Fächer hier im Bereich für den Monat März von ungefähr 11.100 Punkten, 11.200 Punkten, so in diesem Bereich ungefähr. Und hier würde sich dann auch die nächste Unterstützung befinden. Also in diesem Bereich sollten wir dann darauf achten, ob sich hier eine Bodenbildung ergibt. Dann könnte es zunächst einmal zu einem Pullback kommen, also zu einer erneuten Aufwärtsbewegung, möglicherweise auch Richtung 12.000 Punkte. Sollten wir allerdings hier nach unten durchbrechen, man muss auch beachten, dass wir hier das untere Bollinger Band schon unter diesem Fibonacci-Fächer haben. Und dieses untere Bollinger Band könnte auch durchaus angelaufen werden. Die Bollinger Bänder dehnen sich aktuell auf der Unter- und auf der Oberseite in die jeweilige Richtung aus. Insofern wäre es natürlich auch möglich, dass wir dann unter den Bereich hier des Fibonacci-Fächers fallen, also auch unter 11.000 Punkte fallen und möglicherweise dann langfristig den Bereich hier anlaufen von 10.000 Punkten. Wobei ganz tief der untere Trendkanal-Bereich hier noch ins Spiel kommen würde. Aktuell ungefähr im Bereich von 7.900 bis 8.000 Punkte. Das ist ein langfristiger Trendkanal, der sich über viele Jahre erstreckt. Und das letzte Mal, dass wir hier nach oben wieder abgeprallt sind, war hier im September 2011. Und davor sind wir praktisch im Tiefpunkt nach dem Millennium-Crash im März 2003 hier an dieser Linie wieder nach oben abgeprallt. Insofern sollten wir also ähnliche Szenarien nun wiederholen mit der aktuellen Coronavirus-Panik und die Märkte vor einem weiteren Einbruch stehen, dann könnten langfristig durchaus hier Notierungen bei 8.000 Punkten, also hier im unteren Trendkanal-Bereich erreicht werden. Allerdings aktuell befindet sich zunächst einmal hier der Bereich des unteren Fibonacci-Fakers als langfristiger Anlaufpunkt im Blickfeld. Hier machen wir dann weiter mit dem Wochenchart. Ich hatte nun die Markierungslinien im Wochenchart nach dem Kurseinbruch vom Freitag dann erneut wieder angepasst. Wir haben nun die rote Markierungslinie bei 12.000 Punkten. Das wäre dann auch wieder unsere Signalmarke. Dann die nächst tiefere Linie bei 11.820 Punkten. Die hellgrüne Linie und dann darunter würden direkt 11.400 Punkte folgen. Also bei einem nachhaltigen Durchbruch hier unter 11.820, 11.800 Punkte dürften wir dann 11.400 Punkte anlaufen. Bei dieser enormen Abwärtsdynamik, die wir mit dieser unglaublichen Wochenkerze hier vorliegen haben, ist es auch wahrscheinlich, dass wir hier nicht einfach auspendeln werden um 11.800 Punkte, sondern dann im weiteren Verlauf weiter nachgeben werden und auch diese hellgrüne Markierungslinie nach unten unterschreiten werden. Sollten wir über 12.000 Punkte ansteigen, dann befindet sich die erste Anlaufmarke bei 12.200 Punkten. Da befindet sich auf der Oberseite noch ein offenes Gap. Dieser Bereich ist hier im Wochenchart nicht angezeichnet. Sollten wir uns über 12.000 Punkten halten können, dann müsste man auch wieder mit einem Hochlauf rechnen Richtung 12.400 Punkte ungefähr, wo sich dann hier der nächste Widerstand befindet. Allerdings rechne ich aber nicht damit, dass wir nachhaltig über 12.000 Punkte ansteigen können bzw. uns dort halten können. Möglicherweise können wir in einem Abprall hier von der Unterstützung um 11.800 Punkte noch einmal Richtung 12.200 Punkte ansteigen und dieses Gap dann schließen, aber dann auch wieder direkt nach unten abdrehen und erneut unter 12.000 Punkte fallen und damit dann auch wieder Kurs nehmen auf 11.820 Punkte. Das sind also nun für die neue Woche die wichtigen Markierungslinien. Einmal auf der Unterseite 11.820 Punkte. Geht es darunter, dürfte sich die Abwärtsdynamik direkt verstärken und wir dann 11.400 Punkte anlaufen. Und geht es über 12.000 Punkte, dürften wir höchstwahrscheinlich zunächst einmal Kurs auf das offene Gap im Bereich von 12.200 Punkten nehmen. Ein weiteres offenes Gap befindet sich hier im Bereich von 13.500 Punkten und dieses Gap sollte im Hinterkopf behalten werden. Die Coronavirus-Krise wird auch irgendwann wieder vorbei sein und die Märkte werden auch irgendwann wieder steigen und insofern dürfte dieser Bereich hier um 13.500 Punkte dann als langfristige Anlaufmarke dienen. Zum Ende des Videos kommen wir dann wieder zum Tagesschart. Wir haben hier nun ein größeres Bild im Tagesschart wie üblich, einfach weil wir hier so einen enormen Kurseinbruch gehabt hatten. Der Kreis ist natürlich weiterhin rot, wie man hier erkennen kann, nach dem heftigen Kurseinbruch auch kein Wunder. Die Markierungslinien befinden sich für den Short-Bereich für den heutigen Montag dann zunächst einmal bei 12.200 Rot und 12.250 Punkten Dunkelrot. Also im Bereich der oberen Begrenzung dieses offenen Gaps im Bereich von 12.200 Punkten an der roten Markierungslinie könnten dann direkt neue Short-Positionen eröffnet werden. Dieses Gap sollte dann bei einer Gegenbewegung auch wieder geschlossen werden und in Folge rechne ich aber damit, dass der DAX dann wieder nach unten abdreht und diesen enormen Kursrückgang dann weiter fortsetzt. Mit Long-Positionen sollte man weiterhin vorsichtig sein. Deswegen habe ich den Long-Bereich auch weiterhin relativ tief angesetzt, nämlich hier im Bereich von 11.400, 11.440 Punkten. Hier befindet sich eine massive Unterstützung und in diesem Bereich könnte der DAX dann zunächst einmal wieder eine neue Aufwärtskorrektur beginnen. Mit einem Trendwechsel von Short auf Long, also mit einem nachhaltigen Trendwechsel, rechne ich aktuell aber nicht. Auch nicht, wenn wir hier den Bereich von 11.400 Punkten erreichen sollten. Wahrscheinlich werden wir langfristig, wie im Monatschart schon erwähnt, den Bereich am unteren Fibonacci-Fächer anlaufen, also aktuell ungefähr im Bereich von 11.000 bis 11.100 Punkten. Gut, dann werden wir erstmal wieder durch für heute. Ich melde mich dann am Montagnachmittag nochmal oder am Vormittag, je nach Zeitfenster, mit dem ING Markets Chartflash und dann am morgigen Dienstag wieder mit dem ING Markets Morning Call. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenbeginn, viel Erfolg im heutigen Handel und bis morgen.